Du willst deine Gegner mit schwärmen schwarzer Löcher bestürmen? Das ist das Beste im Leben, Liebe, Freundschaft. Nein, das Beste ist deine Gegner mit hunderten von Kugeln wieder und wieder zu durchlöchern. Der Supernova-Sturm braucht eine Sekunde zum Aufladen. Aber wenn er so weit ist... Ich werde dich vermissen, Sweetie. Ich werde dich vermissen, die Monomarche wieder zuhören. Ich werde dich vermissen, das ihr geht. Du musst es auswählen. Ich werde mich vermissen, dass du dich vermissen hast. Und wenn ich so aufräumde was schlagt, dass du dich vermissen. Die zwei Imperator-Truppen jagen uns. Ich meine nicht. All diese Spalten. Mit dem Dimensionator ist der Imperator noch gefährlicher. Helfen für den Aufenthalt. Alle Gegner neutralisiert. Deine Freunde sind sicher. Oh, Rivet. Jetzt musstest du uns wieder retten. Wir haben's versucht. Haben den Suchfüßler repariert und alles. Aber eines dieser Dimensions-Dingsbumse hindert ihn daran zu starten. Nichts davon war eure Schuld. Überlasst das Dingsbums uns. Auch damit! Apropos, sag Hallo zu Kit. Hallo, Kit. Jede Freundin von Rivet ist auch unsere Freundin. Ähm, Hallo? Das ist Maynard, der Helfer-Bot der Mods. Er bringt uns zum Suchfüßler. Hör. ! Der Liefer-Bot der Gesamt-Dingsbumse. Das ist der Grund. Ich bin in der Welt. Ich bin in der Welt. Ich bin in der Welt nicht so verliebt. Ich bin in der Welt. Das ist nicht so, dass du mit dem Garten zu fahren kannst. Das ist nicht so, dass du mit dem Garten gewinnen kannst. Und wenn du dich also mit dem Garten zu fahren kannst. Hallo. Sag dem Imperator, er soll selbst... ...Tallos sagen. Na. Oder nicht. Wie auch immer. Der Imperator hat es nicht nur auf die Mords abgesehen. Er löscht alles Leben auf dem Planeten aus. Komm, wir gehen mal an. Wir müssen Maynard weiter folgen. Held los! Riftrate, die Geschmack ist von dir, meine Willkommensgruß zu stören. Er hat mich viel Müll gekostet. Ich hoffe, es macht dir klar aus. Ich bin etwas erschöpft und eliminiert deiner Freunde. Ja, lach ruhig. Mal sehen, was du sagst, wenn wir den Suchfüßler befreien. Der Imperator verlangt eure sofortige Inhalierung, Betreue und Vertanung. Unsere Soldaten helfen euch beim Verhauen. Gehe! Oh je! Das älpste Klomboxe nur so unglaublich harte geht! Hier geht's! heart ist sogar noch viel nerviger! laut mir! Was machst du denn so? Den nach oben Suchbüßler freizulassen? Weil ich dann leider verstanden ist. Das war der letzte davon. Folgen wir Mellnard weiter zu den Suchbüßlern. So viele Schiffe. Der Imperator ist sehr... prünftig. Alles wird gut. Wenn wir den Suchbüßler befreien, wendet sich der Kampf zu unseren Gunsten. Sicher! den Durchbruchten zusammen. Das wird der Kampfgeist. Wir werden von Hösen zu fortschnell. Das ist ein Baum. Wiedet sich zu mätschen. Was nehmen Wiedet und schrecklich. Die Phase schrecklich. Das ist jetzt nicht fertig. Das ist doch so. Das war's für heute. 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 Wenn ich vorsichtig bin, kann ich nur einen Weg warnen. Das war's für heute. 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 Ich freue mich drauf, die Anomalie zu untersuchen. Ich freue mich drauf. 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 Der Drehnergisierer könnte etwas Energie gebrauchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.